Hey Leute und herzlich willkommen bei Hardware Deals. Heute geht es endlich weiter mit einem Projekt, nach dem ihr immer wieder gefragt habt und was wahrscheinlich das am meisten gewünschte Video auf dem Kanal hier ist. Und ich habe es ja schon vor rund 2-3 Wochen auf Instagram angeteasert und jetzt ist es wirklich soweit, wir bauen noch dieses Jahr den 10.000 Euro Gaming PC im Corsair 1000D, beziehungsweise wenn ihr das Video hier seht, dann habe ich den PC sogar schon gebaut und natürlich wird es nicht nur einen Tester zu geben, sondern auch einen schicken Timelapse vom Zusammenbau. Weil in der Zwischenzeit wirklich ganz schön viel Zeit vergangen ist, ich glaube das erste Video zu dem Projekt ist inzwischen schon über ein Jahr alt, hat sich natürlich auch an der Konfiguration einiges getan, denn der 10.000 Euro Gaming PC in seiner Ausgangsform, wie wir ihn ursprünglich bauen wollten, wäre inzwischen nicht mehr wirklich ein 10.000 Euro PC und natürlich auch technisch nicht ganz auf der Höhe der Zeit. Darum haben wir die Konfiguration nochmal komplett angepasst und einige Teile geändert, beziehungsweise verbessert. Und was genau im neuen 10.000 Euro Gaming PC so für Teile verbaut sind und erste Infos zur geplanten Custom Wasserkühlung gibt es nach dem Intro und einem kleinen Werbespot. Und bevor wir jetzt gleich zu den neuen Teilen kommen, hätte ich gesagt, schauen wir uns erstmal an, was gleich geblieben ist am PC. Das offensichtlichste ist natürlich das Gehäuse, der PC wird nach wie vor im Corsair 1000D Gehäuse gebaut, also wahrscheinlich dem krassesten oder zumindest einem der krassesten Supertower Gehäuse, die es derzeit zu kaufen gibt. Weil da passen nicht nur zwei komplette Systeme rein, sondern auch noch insgesamt drei Radiatoren, vorne 2x480mm und ein weiterer 420mm Radiator im Deckel. Und natürlich werden wir auch das gesamte Kühlpotenzial von dem Gehäuse später ausnutzen, die Einzelheiten zur Wasserkühlung gibt es dann später im Video. Basis des Systems ist immer noch das ROG X299 Rampage Extreme, also neben dem Refresh davon das Beste, was Asus für den 2066er Sockel zu bieten hat. Und zum Einsatz kommt darauf immer noch der i9-7900X10 Kerner, den ich für das Projekt gekauft und auch geköpft habe. Weil den auszutauschen kann ich mir einfach nicht leisten und das wäre natürlich auch reine Verschwendung, auch wenn es in der Zwischenzeit gerade mit den neuen Threadripper Prozessoren deutlich interessantere Optionen gegeben hätte. Der Grund, warum ich mich damals für die CPU und nicht eine Mainstream-CPU wie zum Beispiel den 9900K entschieden habe, der ja je nach Anwendung sogar ein bisschen schneller sein kann, ist einfach die schiere Anzahl der PCI Express Lanes, weil in dem System kommen zwei Grafikkarten, die jeweils mit X16 angebunden sind und mehrere PCI Express X4 NVMe SSDs zum Einsatz, sodass ein PC auf Z390 Basis einfach nicht genug Lanes dafür gehabt hätte. Auch beim Arbeitsspeicher ist alles gleich geblieben, da kommen immer noch 64 GB, also insgesamt 8 Module Corsair Dominator Platinum mit 3600 MHz zum Einsatz und als Massenspeicher setzen wir nach wie vor auf mehrere Corsair MP500 NVMe SSDs. Auch die Stromversorgung ist mit dem 1200 Watt Corsair HX 1200i noch dieselbe und beim Zweitsystem, was ja schon in einem von den letzten Videos zusammengebaut worden ist, hat sich auch nichts geändert. Hier kommt immer noch der i5-8400, 16 GB Arbeitsspeicher, eine MP500 NVMe SSD und ein Asus Z370 ITX Board zum Einsatz. Die wohl größte Änderung gab es aber bei den Grafikkarten, denn hier sind ja ursprünglich zwei GTX 1080 Ti's vorgesehen gewesen. Und weil die in der Zwischenzeit einfach gar keinen Sinn mehr machen würden, weil sie zwischenzeitlich halt leider veraltet sind und nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik entsprechen, war an der Stelle, nennen wir es mal ein kleines Upgrade nötig. Die GTX 1080 Ti wurde ja von Nvidia durch ihren Nachfolger, die RTX 2080 Ti, ersetzt und genau das ist auch bei dem PC hier passiert. Hier kommen jetzt zwei RTX 2080 Ti's zum Einsatz, die über NVLink zusammengeschaltet werden, also absoluter Overkill. Und damit sollten wir im Schnitt ein ca. 30-40% schnelleres System als noch mit den 1080 Ti's haben und natürlich können wir so auch mal schauen, wie Raytracing mit zwei Grafikkarten funktioniert und allgemein wie gut NVLink funktioniert, weil da hört man ja unterschiedliche Sachen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, weil ich persönlich noch nie ein System mit zwei Grafikkarten getestet habe. Wenn ihr aber selbst zwei Grafikkarten im System habt oder zumindest Erfahrungen damit sammeln konntet in der Vergangenheit, dann schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr dazu so denkt. Und damit kommen wir jetzt auch direkt zur zweiten großen Neuheit bei dem Projekt, weil ich euch endlich die Teile für die Custom-Wasserkühlung vorstellen kann. Wir setzen hier nämlich komplett auf die neuen Corsair Hydro X-Teile, die damals, als ich das Projekt im 1000D gestartet habe, noch nicht mal angekündigt waren, aber die passen optisch und natürlich auch funktional perfekt zu dem PC und so können wir später auch die RGB-Beleuchtung schön über die IQ-Software steuern. Basis der Wasserkühlung werden, wie schon gesagt, insgesamt drei Radiatoren, zwei 480er und ein 420er Modell und die Teile sind wirklich einfach monströs und was die Kühlleistung angeht, sollten wir damit auf jeden Fall ausgesorgt haben, trotz des i9-Prozessors und der zwei Grafikkarten. Aufgeteilt wird das Ganze auf zwei Kreisläufe, also einer für die CPU und einer für die Grafikkarten und darum kommen hier auch gleich zwei Corsair XD5 RGB-Pumpen und Ausgleichsbehälterkombinationen zum Einsatz. Für den i9 gibt es außerdem einen XC9 RGB Waterblock, der mit seiner RGB-Beleuchtung schon auf der Verpackung ziemlich cool aussieht und auf den beiden Grafikkarten kommen zwei Corsair XG7 RGB Waterblocks zum Einsatz, die ebenfalls ziemlich cool aussehen. Was mir am besten an denen gefällt, ist aber gar nicht die RGB-Beleuchtung, sondern die Abdeckung von den Anschlüssen, weil die sind im Corsair Dominator-Ram nachempfunden und weil der ja ebenfalls im System verbaut ist, wird das Ganze später wahrscheinlich ziemlich cool aussehen. Ansonsten kommen jede Menge Fittinge von Corsair, 90 Grad Winkel, 45 Grad Winkel, zwei Ablasshähne und natürlich Hardtubes zum Einsatz. Und bei der Kühlflüssigkeit setzen wir auf die Corsair XL5, die wir fürs Video aber natürlich später einfärben werden. Und an der Stelle muss ich einfach noch loswerden, dass das, ja natürlich abgesehen von der Bierkühlung, meine erste Custom-Wasserkühlung ist, die ich baue und dann gleich ein SLI-System mit zwei Kreisläufen, drei Radiatoren und Hardtubing. Ich bin echt gespannt, was für Probleme da auftreten werden und wie dann am Ende das fertige System aussieht. Und ich habe es ja schon am Anfang gesagt, wenn das Video hier kommt, dann habe ich den PC schon gebaut, einfach aus dem Grund, dass ihr nicht wieder Monate auf das nächste Video warten müsst. Wir werden das Projekt jetzt auf jeden Fall in den nächsten Wochen zum Abschluss bringen und ihr könnt wirklich gespannt auf das Ergebnis und vor allem den Timelapse-Zusammenbau sein, weil da werde ich mir wirklich Mühe geben und da wird einiges an Zeit reinfließen. Ansonsten interessiert mich vor allem mal wieder eure Meinung, wie findet ihr die Auswahl von den Komponenten und hättet ihr bei der Wasserkühlung auch auf zwei Kreisläufe gesetzt? Ich bin wirklich gespannt, was ihr dazu so zu sagen habt und damit soll es jetzt auch mal wieder von meiner Seite gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da und ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Video.